Wohnträume aus Holz Vor 40 Jahren von Werner Kotnik gegründet, steht die Tischlerei Veko für Qualität, individuelle Planung und tolles Design. Seit 2002 wird das Unternehmen von Tochter Daniela Kotnik in zweiter Generation geführt, die das Ziel, mit dem Kunden gemeinsam Wohnträume zu schaffen und dabei allen Ansprüchen gerecht zu werden, nie aus den Augen verloren hat. Ob Wohnzimmerverbau, Maßküche, Türen- oder Gastronomieeinrichtung, das Arbeiten mit besten Rohstoffen und neuester Technik ist bei dem Traditionsbetrieb selbstverständlich. Die rund 20 Mitarbeiter können jahrelange Berufserfahrung vorweisen. Mit ihrem Wissen und Können sind sie der Garant für individuelle und qualitativ höchst anspruchsvolle Ergebnisse bzw. Produkte nach Maß. Die Tischlerei Veko ist weithin bekannt. Aufträge kommen nicht nur aus der Region und dem Inland, sondern auch aus Deutschland oder Lichtenstein. Weitere Eindrücke erhalten Sie unter www.weko.at www.weko.at.at.at.at.at.at.at.at. www.weko.at.at.at.at.at.at.at.at.at.